neuer tag neuer booster folge 1425 so ich weiß jetzt aktuell nicht wie viele päckchen wir noch haben aber auch dieses display neigt sich so langsam dem ende aber ich glaube so sechs stück 6 7 müssten es noch sein könig der wilden kobolde nice haben wir den schon gezogen schaden gleich reptil dann haben wir oh gott da muss ich wieder genauer lesen wenn um minaga die gottheit der giftigen schlangen die haben auf jeden fall schon gehabt soll verkort gala solver cord tonleiter und kürze das achtheits licht haben auch noch nicht gezogen würde ich mich bei dem namen daran erinnern ja sehr schön bedanke ich mich wieder fürs zuschauen ob es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns und 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 und